Hallihallo, hier ist wieder euer Tommi und heute geht's endlich mal ans Abo-Special für 25.000 Abos. Ich weiß, ich bin schon länger drüber hinweg. Ist ja aber auch egal, ich hab mich tausendmal umentschieden, was ich da genau machen werde und hab mich jetzt für etwas entschieden und zwar eine Retrospektive. Alter, Tommi, benutzt doch nicht immer diese schlauen Wörter. Was soll denn das heißen, Retrospektive? Okay, und zwar machen wir so eine Art Rückblick von wegen, wie ist dieser Kanal überhaupt zustande gekommen, was hab ich damals gewollt, wie hat sich das Ganze entwickelt und natürlich auch so, wen hab ich alles über die Zeit kennengelernt. Erst einmal, wie bin ich auf den Namen Tommi gekommen? Und zwar hab ich damals mit stolzen 14 Jahren das gute alte Spiel World of Warcraft gespielt und dort gibt es nicht nur heldenhafte Krieger, unfassbare Gegner und Ungetüme, Drachen und sonstige Fantasywesen. Nein, es gibt auch noch Gnome. Und genau so ein Gnome hab ich damals gespielt, allerdings nicht den, den ihr gerade seht, nicht so ein Lappen, sondern natürlich einen richtig freshen Schurken und da hab ich einfach gedacht, ey, Tommi ist so ein Name, der passt eigentlich irgendwie zu so einem Schurken und deswegen hab ich mir den damals ausgedacht. Und für die Leute, die wissen wollen, warum ich gerade diese Mumia als Avatar benutze, das hat keinen großen Hintergrund. Ich hab die während meines Bachelorstudiengangs mal erstellt und ich fand die richtig, richtig super, die ist mir richtig gut gelungen und da die auch komplett geriggt und animierbar dadurch ist, hab ich dann gedacht, ey, die kannst du richtig gut benutzen, um damit halt verschiedene Sachen darzustellen. Doch jetzt erstmal zurück zu meinem Werdegang und zwar war ich noch in München am Arbeiten und hatte mir da schon die ersten Konzepte und Sachen überlegt, die ich so bei YouTube gerne machen würde. Und dann kam es dazu, dass ich 2016 nach Lübeck gezogen bin, dort bin ich übrigens immer noch wohnhaft und seit dann April ungefähr bin ich dann so ein bisschen hier auf YouTube aktiv gewesen, hab da versucht, so ein bisschen durchzustarten und das mach ich halt bis heute. Natürlich war das nicht mein Hauptgrund, nach Lübeck zu gehen, sondern ich bin hier am Studieren im Masterstudiengang Medieninformatik. Das Ganze ist ein weiterführendes Studium, denn ich hab vorher in Heidelberg studiert und hatte dann dort mein Bachelorstudium gemacht, bevor ich in München arbeiten war. Und wie schon gesagt, hatte ich mir im Vorhinein was überlegt, was ich dann so auf YouTube machen möchte, hatten mir natürlich dann auch irgendwelche Konzepte, irgendwelche Formate, irgendwelche Sachen ausgedacht und das haupttragende Format sollte eigentlich immer Behind the Pixels werden, was halt relativ aufwendig war und da wurde dann immer so ein bisschen was erklärt von wegen, was sind so typische Sachen in der Videospielentwicklung, was sind so diese typischen Wörter, mit denen der Otto-Normalverbraucher nichts anfangen kann, also Herz, FPS, Interlacing, Parallax-Scrolling, also sowas habe ich dann da erklärt beispielsweise, aber hatte dann auch nebenher natürlich immer wieder irgendwo versucht, dann irgendwas anderes zu machen und kam dann in der Hinsicht auch irgendwann auf Spielen von Super Mario 64 als Let's Play, so gesehen. Das war dann auch das erste Let's Play, was ich gemacht habe. Hört sich heute super cool an. Ich blende das mal ganz kurz ein. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play auf diesem Kanal und zwar Super Mario 64 auf der Nintendo 64. Ja, und man merkt schon recht schnell, ne, die Audioqualität hat sich mittlerweile verbessert, so ein bisschen das freie Sprechen hat sich verbessert, man hat ein bisschen mehr Druck in der Stimme, man hat ein bisschen mehr, ja, Selbstbewusstsein dabei, verändert sich alles so mit der Zeit. Am Anfang fühlt man sich da halt so ein bisschen, ja, fremd, wenn man so alleine vorm PC sitzt und mit sich selber redet irgendwo, ne. Und natürlich hat man in dieser Zeit dann auch relativ viel ausprobiert und rumprobiert und dann auch natürlich irgendwie versucht, immer Feedback zu kriegen. Feedback ist immer das Schönste, was es gibt auf der Welt für jemanden, der irgendwie Content produziert und daher habe ich mich natürlich auch bei diversen Foren angemeldet, irgendwo rumgefragt, hier und das und das und mit anderen Leuten mich unterhalten und da war auch jemand auf dem Weg, mit dem habe ich damals zumindest relativ viel Kontakt gehabt, der ist heute auch noch immer aktiv, tatsächlich zwar sehr, sehr selten, aber immer mal wieder, der streamt immer mal wieder Fortnite der Critics und mit dem habe ich mich damals relativ viel immer ausgetauscht, haben uns immer gegenseitig so ein bisschen Feedback gegeben, haben halt ungefähr zur gleichen Zeit angefangen und das war eigentlich immer ganz cool. Und dann hat es eigentlich auch gar nicht mehr lang gedauert und dann habe ich mit dem angefangen, was die meisten jetzt hier wahrscheinlich schon kennen dürfen oder einige zumindest von euch und zwar Star Wars Battlefront 1 natürlich, also den 2015 erschienenen Teil. Den habe ich damals noch auf dem PC gespielt, habe mir da ganz viele tolle Ideen ausgedacht, von normalen Folgen über irgendwelche Loadout Challenges, wo sich die Leute irgendwie das Loadout aussuchen dürfen, natürlich dann auch immer irgendwelche Streams und alles ist dann ja so ins Rollen gekommen, war richtig, richtig cool, dann hat man natürlich auch so die ersten Leute kennengelernt, die dann im Stream regelmäßig immer zugeschaut haben, die an der Stelle natürlich als erster Mitspieler irgendwo so aus der Community kam, dann natürlich Draxler, den dürften ja auch noch die einen oder anderen kennen. Dann hat es auch gar nicht mehr lang gedauert und dann hatte ich auch schon so meine erste in Klammern YouTuber-Kooperation und zwar ging das dann los mit dem 3-2-1-Spiele, dem Tim und mit dem spiele ich ja heute auch immer noch und damals haben wir halt Star Wars Battlefront 1 noch auf dem PC zusammengespielt und das erste Mal war das dann am 9.7.2016, also echt sehr lange her mittlerweile. Aber der war natürlich damals auch schon ein richtig, richtig cooler Typ, also ich habe mich damals schon super gefreut, dass ich mit ihm aufnehmen konnte. Und dann gab es natürlich auch, wie gesagt, dann diese Duals, dann gaben noch Guides dazu. Also bei Star Wars Battlefront 1 habe ich wirklich das Kontingent komplett ausgeschöpft. Wenn man jetzt mal die heutigen Videos, wirklich nur die Videos dazu nimmt, also auch die Retro-Folgen, dann habe ich zu dem Spiel über 550 normale Videoparts gemacht plus alle möglichen Livestreams, also lass es nochmal 200, 300 sein. Also das Spiel habe ich wirklich tot gespielt und es macht immer noch Spaß, ne? Also es ist immer noch schön, das immer mal wieder für einen Moment zu spielen. Ein anderer Zeitgenau, der dann immer aufgetaucht war, war der gute alte Captain Cloth. Den dürften ja auch noch viele kennen aus den Livestreams. Also mit dem habe ich ja auch sehr viel dann in Livestreams gerade gespielt. Mit dem Draxler, wie gesagt, auch zusammen. Und in der Zeit habe ich dann auch über den Draxler halt den Korbi kennengelernt, über Steamspeak. Und da waren auch drei Banausen, die haben damals immer richtig viel Minecraft gespielt. Und das waren halt der Funky, der Sario und halt der Twissy, die halt heute auch immer noch häufig irgendwo mit dabei sind, ne? Die drei habe ich dann zwar kennengelernt, allerdings haben sie in dem Moment noch nicht wirklich irgendwo großartig was am Kanal mitgemacht oder mitgespielt oder so. Das kam alles eher im Jahre 2017. Und während ich mich dann da so ein bisschen eingelebt hatte, gerade mit Singleplayer-Sachen, halt auch alle möglichen Star Wars und Nintendo-Projekte, Overwatch nebenher, Battlefield nebenher, kam dann auch noch der Kontakt zu Darkseid zustande. Das war bei Battlefront Part 140, hat er mir mal selber erzählt. Und zwar hieß das Thema damals alte Filme versus neue Filme. Und da ist er dann auf meinen Kanal gestoßen, der Herr und hat dann mich angeschrieben, hat dann auch gefragt, hey, wie sieht's aus? Hast du mal Lust, irgendwie was zusammen zu machen? Und so ist dann da auch der Kontakt zustande gekommen. Und dann hatte ich damit halt meinen, ja, mehr oder weniger zweiten YouTube-Kollegen, mit dem ich dann halt immer relativ viel zusammen gemacht habe. Und dadurch sind natürlich auch einige von den Zuschauern hier auf den Kanal gekommen, zum Beispiel die Miriam, also die Yuzumi, der Rocky, der Gaming und natürlich auch noch viele, viele andere. Und dadurch war es mir dann halt auch möglich, bis zum Ende des Jahres 2016, also innerhalb von, ja, circa acht, neun Monaten, dann 600 Abonnenten zu erreichen. Was natürlich jetzt aus der heutigen Sicht relativ nach wenig klingt, aber damals fand ich, das war schon eine coole Sache, dass ich dann so viele Abonnenten hatte. Der Anfang ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, sehr, sehr langwierig. Und da geben ja auch die meisten auf, weil sie dann irgendwie keine Motivation haben. Ich hatte da immer gutes Durchhaltevermögen und bin natürlich jetzt irgendwo relativ zufrieden mit allem. 2017 ging dann richtig turbulent weiter. Und natürlich lief daneben Battlefront auch noch ein anderes Spiel, was relativ dominant war. Und das war PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds. Und das habe ich durch den Funky kennengelernt und auch mit dem Funky dann sehr, sehr viel gespielt, weil wie schon eben erwähnt, den Funky hatte ich natürlich schon im Jahr 2016 kennengelernt, über Corby irgendwo. Aber so richtig gespielt habe ich dann mit ihm erst halt wirklich im Jahr 2017. Da haben wir auch PUBG richtig durchgepowert, richtig, richtig häufig gespielt. Hat saumäßig Spaß gemacht, immer wieder PlayerUnknown's Battlegrounds zu spielen mit ihm. Und da waren auch einige lustige Sachen mit dabei. Was ebenfalls noch interessant war, war natürlich der Fakt, dass ich dann auch mit dem Sorbus und den Drabu Kontakt bekommen habe. Das lief alles mehr oder weniger über den Sorbus und das halt über den Darkseid dann. Und das war auch der Grund, dass ich mir dann ja im April, meine ich war es, ich bin mir nicht zu 100% sicher, eine Playstation gekauft habe, damit ich mit den beiden oder mit den dreien dann halt auch zusammenspielen kann. Und das hat dann auch super geklappt. Diese Together-Parts kamen auch immer richtig gut an. Und natürlich hatte man dann auch den Kontakt zum Drabu und später im Jahr, im Verlauf des Jahres dann natürlich dadurch auch zu Land 16 und zum Ego Whitey. Und in der Viererkombo haben wir dann nach Release von Star Wars Battlefront 2 natürlich auch richtig viele Videos zusammen aufgenommen. Aber ich greife so ein bisschen vorweg, denn ich muss natürlich auch sagen, dass der gute Twissy und Sario natürlich auch davor dazugestoßen sind. Seit ich dann die Playstation 4 hatte, haben wir dann relativ häufig dann zusammen Battlefront gespielt oder halt auch andere Spiele, wie beispielsweise PUBG oder Rocket League. Das Jahr war immer weiter fortgeschritten und dann kam natürlich irgendwann der Tag, die Beta zu Star Wars Battlefront 2 war da. Wir waren alle unfassbar gehypt und dann gab es erstmal zu der Beta einen 12-Stunden-Stream, wo wir tatsächlich wirklich nur Naboo, Takodana und halt die Fondor-Raumschlacht-Map gespielt haben. Das ganze 12 Stunden lang, daran dürften sich noch einige erinnern. Der Twissy und der Sario waren natürlich auch dabei. Also das war wirklich ein krasses Event, ey. Hat Hammer, Hammer-mäßig Spaß gemacht, die Beta da mit euch zu suchten. Und zum Ende des Jahres hin, beziehungsweise dann im Verlauf des weiteren Jahres, haben wir natürlich dann den Release abgefeiert, da ordentlich durchgestreamt, ordentlich Videos gemacht, mit Drachenbursche, mit Darkseid, noch mit LN16, mit Ego Whitey, wie gesagt, die ganzen Leute waren da mit am Start. Ganz, ganz viel Star Wars Battlefront 2 und so neigte sich dann das Jahr dem Ende zu. Und so zum Ende des Jahres hatte ich genau, und das war eigentlich eine ganz witzige Sache, weil da war immer so ein bisschen die Frage von wegen, ah, Tommy, schaffst du es noch, die 10.000 Abos zu schaffen bis zum Jahr 2017? Und ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, am 30.12. habe ich es dann geschafft. Tatsächlich, da war ich dann schon eigentlich bei meinen Eltern zu Hause, hatte dann natürlich ein paar Sachen vorproduziert, mit einem Adventskalender. Das war eine super coole Aktion. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr so eine Art Adventskalender hinkriege. Wenn ihr Ideen dafür habt, das ist eine gute Sache, das anzusprechen, dann könnt ihr natürlich gerne mal was schreiben, weil damals hatte ich, und das können sich auch die gerne Leute mal anschauen, das ist auch irgendwo in der Playlist, halt bei den Playlists drin, Adventskalender, zu ganz vielen Star Wars Flash Games, da waren unfassbar witzige Sachen dabei, waren auch unfassbar crappy Sachen dabei, aber hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und naja, dann hatten wir das Jahr abgeschlossen, 2017, mit halt, wie gesagt, so ziemlich genau 10.000 Abonnenten, war eine wirklich coole Sache, und ich hab mich natürlich super drüber gefreut. Und somit starten wir dann ins Jahr 2018, und eigentlich hatten wir Fortnite schon vorher gespielt, nämlich im 2017 hatten wir auch schon ein, zwei, drei Streams dazu gemacht, allerdings hat es dann erst wirklich angefangen im Januar 2018. Vorher war immer PUBG der heiße Renner, aber dann hat sich das irgendwo gewandelt, dass es dann doch zu Fortnite tendiert ist, weil PUBG einfach irgendwo auf der Stelle getreten ist, leider Gottes. Und somit hat Fortnite auch einen ja relativ großen Anteil an dem Kanal dann eingenommen, immer mal wieder als Livestream, gezeigt worden und hat auch immer wieder viel Spaß gemacht, bis mit den verschiedenen Leuten halt zu spielen. Des Weiteren gab es dann im Verlauf des Jahres immer wieder Streams mit anderen Leuten, sei es mit Leuten wie zum Beispiel dem Drago, mit dem wir dann ganz viel Star Wars Battle 2 gespielt haben, oder halt aber auch später im Jahr dann halt auch dem Whitey, mit dem wir dann halt häufiger auch, ja, Fortnite gespielt haben, auf seinem Kanal, auf meinem Kanal, immer mal wieder hin und her. Und das war natürlich auch eine ganz coole Sache. Allzu viel komplett Neues kam dann allerdings nicht mehr dazu. Natürlich gab es immer wieder wechselnde Singleplayer, das ist ja natürlich klar, die Singleplayer-Spiele waren immer auch irgendwo so ein Nebenbestandteil, aber was so die Hauptsachen angeht auf dem Kanal, gab es dann natürlich jetzt keinen großen Wechsel, was Star Wars oder Fortnite jetzt anging. Man hat natürlich dann immer mal wieder irgendwelche anderen Sachen gespielt, wie Mario Kart oder sowas, gerade die Switch-Ära kam dann natürlich auch, da hat man relativ viel Switch gespielt beispielsweise und das immer wieder mit Sario, Funky, Twizy, also den normalen Konsorten, die man so kennt. Hier natürlich auch manchmal mit dem Whitey. Das ganze Star Wars Battlefront 2 Ding wurde natürlich auch ausgebaut, dann kam so was wie News-Formate dazu, Patch-Notes besprechen, irgendwie Loadout-Challenges, Guides natürlich auch, ganz, ganz viele und natürlich immer wieder nebenher, die ganz normalen Folgen, Folgen mit Freunden, mit irgendwelchen YouTube-Partnern oder halt auch ganz normal einfach die Livestreams mit der Community immer zusammenspielen, das war natürlich auch immer verdammt viel Spaß. Mod-Videos darf man natürlich auch nicht vergessen, die waren natürlich auch mit dabei, also alles richtig, richtig cool. Über das Jahr verteilt gab es dann natürlich auch wieder neue Kontakte, beispielsweise zu der 212, also Tom und Tar, mit dem Tar habe ich ja dann auch so ein paar Folgen Star Wars Battlefront 2 aufgenommen und natürlich auch Star Wars Basis, bei dem ich so ein Gast-Upload machen durfte. Das ist natürlich sowieso eine coole Sache, weil ich hatte mir überlegt, dass ich wieder ein altes Format wiederbelebe, so gesehen und das ist dieses Star Wars Erklärt, das gibt es ja jetzt momentan immer mittwochs, wo ich dann so ein bisschen über normale Star Wars Themen rede und halt dieses Ganze mit dem Gaming drumherum halt eher nicht stattfindet. Und damit wäre es das eigentlich mit dieser Zusammenfassung, dieser ja doch sehr groben Ansicht, wie das Ganze jetzt hier zustande gekommen ist und natürlich habe ich jetzt einiges geskippt und übersprungen und so weiter, aber was kommt denn jetzt in Zukunft, könnte man sich noch fragen und da kommen natürlich die ganz normalen Sachen, wie sie jetzt laufen, also Star Wars Battlefront 2, Fortnite, also so Battle Royale-Zeug, Mario Kart und so weiter, aber was so relativ neu dazukommen wird, ist natürlich Battlefield 5 und ist natürlich Super Smash Bros, was jetzt auch für die Switch rauskommen wird an Weihnachten rum, also im Dezember. Das wird immer mal wieder kommen, das sind so die Zukunftsaussichten, die ziemlich fest sind und natürlich wird auch immer noch Halo weiter gestreamt. Und jetzt zum Ende kommt noch mal so ein paar normale Aufzählungen irgendwie, die ich ganz interessant finde, die jetzt in dieser Chronologie gar nicht so toll einzuordnen sind oder ich weiß auch nicht genau, wann ich die einordnen soll oder ob ich das so, das wäre so zwischendrin geschoben. Diese ganzen Singleplayer-Sachen natürlich, die so laufen, ich bin super zufrieden mit den ganzen Sachen, also seien es jetzt irgendwelche Star Wars-Formate, seien es irgendwelche Nintendo-Sachen, natürlich ist mir da immer bewusst, das kommt nicht so gut an und das ist mir dann aber auch im Endeffekt egal, ob dann jetzt relativ viele Leute da draufklicken oder Spaß haben oder ob das dann halt nur der harte Kern ist oder die wenigen und so Sachen wie zum Beispiel Dead Space-Streams haben super viel Spaß gemacht, auch wenn ich nie so ein großer Horrorspiel-Fan bin, was ich auch als Stream-Projekt super cool fand, war Super Mario Galaxy, also da sind immer der harte Kern ist gegrüßt, also die Leute, die dann da auch zuschauen, weil natürlich ist es schön, wenn man dann irgendwie bei Star Wars Battlefront dann irgendwie 300 Zuschauer hat oder so, aber es ist auch immer wieder schön, sich einfach mal so ein bisschen normal unterhalten zu können, vielleicht nicht unbedingt nur Star Wars-Fragen zu beantworten, nicht irgendwelche In-Game-Fragen zu beantworten und da sind diese harten Kern-Streams eigentlich immer ganz angenehm, jetzt auch Halo momentan, macht auch immer super viel Spaß, das zu spielen und sich mit den Leuten einfach mal ein bisschen zu unterhalten, weil ich habe eine relativ, ja, gute Bindung, würde ich sagen, zu vielen Zuschauern, da kenne ich mich einigermaßen gut aus bei denen und die kennen natürlich mich auch irgendwo und das ist immer ganz schön zu sehen. Mit dem einen oder anderen habe ich natürlich auch schon über den Community-Discord geschrieben oder gesprochen, das ist auch natürlich eine schöne Sache, dass da jetzt so viele Leute, mittlerweile schon über 500 Leute drauf sind und ich bin da ja auch immer mal wieder anzutreffen und spreche da mit den Leuten, beispielsweise ist der Rewat da irgendwie immer, wenn ich da bin, dieser alte Schlawiner und was ebenfalls super cool ist, ist zum Beispiel sowas wie das Wiki, sowas wie die Gewinnspiele, die stattfinden. Ich finde, das ist einfach eine super coole Sache, die ich mir irgendwo aufgebaut habe oder natürlich, die wir uns irgendwo aufgebaut haben. Mod des Jahres, immer wieder solche Insider, das sind super coole Sachen. Was ebenfalls interessant ist, was ich hier irgendwie jetzt, das wirkt wahrscheinlich ziemlich random, wenn ich das jetzt einwerfe, aber ich habe das gemerkt, es gibt immer wieder Kanal-Design-Updates und das wollte ich jetzt auch mal hier einfügen und das Witzige ist, das hat immer im November stattgefunden, das wird dieses Jahr im November nicht stattfinden übrigens, dass sich mein Kanal-Design komplett ändert einmal. Damit meine ich sowas wie Banner, sowas wie das Profilbild und sowas. Das ist irgendwie immer im November gewesen. Dieses Jahr wird das nicht passieren, wie gesagt, weil ich eigentlich nicht großartig meinen Content umstellen werde und dieses Star Wars Battlefront 2-Thema, was jetzt in meinem Banner sich so widerspiegelt, das bleibt natürlich auch behalten. Und was ich jetzt ebenfalls noch sagen wollte, noch so eine Sache, die ich teilweise eigentlich relativ traurig finde, ist die Intros und zwar hat man das vielleicht gemerkt, die alten Leute, also die gealten Hasen werden, das wissen die, die die ganzen früheren Videos geschaut haben, habe ich mir immer sehr viel Mühe bei den Intros gegeben. Das wird in Zukunft, also sprich Battlefield 5 beispielsweise, nicht der Fall sein, weil es sich ganz einfach faktisch nicht lohnt. Ich habe mir früher sehr viel Mühe gegeben, habe viele, viele verschiedene Intros. Wenn man sich mal die ganzen alten Projekte anschaut, habe ich immer meine Mumie irgendwo verpackt da drin, sei es bei Overwatch, sei es bei Jedi Knight, sei es bei Jedi Outcast, sei es bei, was weiß ich, Super Mario, überall, Zelda, da gab es auch zum Beispiel, oder halt auch Star Wars, also Battlefront. Da habe ich überall dann irgendwelche Intros gemacht mit meinen Mumien und ich bin immer wieder auf irgendwelche Leute gestoßen, die dann gemeint haben, hey Tommy, mach doch mal so ein geiles Intro, wie alle anderen haben, mit geiler Dubstep-Mucke und einer 3D-Schrift, die sich dreht und dann wechselt die Farbe hin und her. Und ja, das ist so eine Sache, die mich wirklich ein bisschen traurig stimmt, dass so ein Einheitsbrei irgendwie mehr gefeiert wird als so ein individualisiertes. Ich weiß, da werden jetzt einige auch sagen, ja, finde ich auch schade, aber das lohnt sich ganz einfach offensichtlich nicht, dass man dann immer wieder, ja, auf so eine Mauer trifft, die dann sagt, ey, dein Intro ist scheiße, mach lieber, was, was alle machen und gib bei der YouTube-Suche 3D-Text-Intro ein und lad dir irgend so ein Template runter und schreib da Tombi rein und dann lädst du das hoch und sagst, boah, guck mal mein geiles neues Intro an. Finde ich wirklich traurig eigentlich, aber hey, was willst du machen? Und so ist es leider Gottes manchmal. Von daher jetzt, also wenn die Leute irgendwas erwartet hätten zu weiteren Intros oder sowas, da wird jetzt kein neues Update kommen zu irgendwelchen neuen Sachen, weil sich das, wie gesagt, es lohnt sich einfach nicht. Finde ich schade, aber ist leider so, das muss man dann halt auch irgendwo akzeptieren. Naja, ansonsten, äh, werden wir sehen, wie es mit dem Kanal weitergeht, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob dieses Jahr, und das soll jetzt überhaupt nicht großkotzig klingen oder sowas, noch die 30.000 geknackt werden können, das könnte knapp werden tatsächlich, oder ob es dann erst irgendwann im nächsten Jahr klappt, ist mir im Endeffekt auch egal, weil Abonnenten sind sowieso nicht alles. Es geht mir ja sowieso im Endeffekt erstmal darum, dass die Leute und natürlich ich auch irgendwo Spaß an dem Ganzen haben, und daher wollen wir natürlich schauen, wie es mit dem Ganzen weitergeht. Ich wollte mich auf jeden Fall natürlich nochmal bei allen Leuten hier bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr immer alle so toll und zahlreich dabei seid. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne auch versucht, irgendwo alle Leute aufzuzählen, die jetzt wirklich immer häufig und regelmäßig und toll und immer dabei sind und versuchen immer irgendwo was mitzumachen, natürlich nicht immer, aber auch häufig dabei sind, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, die mich kennen, die ich kenne und das könnte man natürlich versuchen, aber es wird einfach unfassbar schwer und ich werde im Endeffekt irgendeinen vergessen. Also wenn sich jetzt hier irgendeiner wundert, ey, warum wurde ich denn jetzt nicht namentlich erwähnt oder sowas, das tut mir sehr leid. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, ihr könnt euch eigentlich auch denken, wen ich damit immer meine, also ob ich euch vielleicht damit meine oder eher nicht oder so. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, es ist super cool, dass hier so viele Leute irgendwie dran Spaß haben und auch untereinander sich treffen und so weiter und miteinander spielen, das macht mir natürlich auch was aus. Also irgendwie ist man ja dann so ein bisschen daran schuld, dass sich diese Leute getroffen haben. Von daher, das ist auch eine super Sache, freut mich in der Hinsicht auch und ich wollte eigentlich nur Danke sagen. Vielen lieben Dank und damit war es das eigentlich auch mit diesem Spezialvideo, was jetzt wahrscheinlich viel zu lang geworden ist. Aber hey, vielen lieben Dank und hoffen wir mal auf die Zukunft, dass es auch so schön weitergeht, wie es bisher gelaufen ist. Also von daher, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.